Wir sind Eukon. Unsere Vision? Eine kundenorientierte und moderne Regulierung von Versicherungsschäden. Unsere Methode? Ein datengetriebenes Schadenmanagement mit einem Maximum an Automatisierung. Von der ersten Schadenmeldung bis zur Zahlung oder Abwicklung. Als einziger Experte für Kfz- und Sachschäden bieten wir das beste Portfolio für ein ganzheitliches Schadenmanagement. Wir stehen wie kein anderer für umfassendste Datenbanken, modernste Technologien und Experten in jedem Bereich. Wir bieten Software und ergänzende Dienstleistungen End-to-End für eine sofortige und mobile Schadenaufnahme direkt vor Ort. Nicht nur um den Fall zu dokumentieren, sondern ihn auch sofort zu kalkulieren. Für sekundenschnelle Bearbeitung weiterer Dokumente, dank tiefem Verständnis des Dokuments, Extraktion aller Informationen und automatischem Skill-basiertem Routing an die richtige Person oder den richtigen Folgeprozess. Für eine KI-basierte Vorhersage von Prüfbedarfen. Das ermöglicht eine direkte Erkennung von Fällen, in denen eine manuelle Prüfung nicht erforderlich ist. Unsere Lösungen erhöhen die Dunkelverarbeitung, die Quote für fiktive Abrechnungen und bringen sie der Echtzeitabwicklung einen Schritt näher. Diese Technologien und Daten werden auch genutzt, wenn eine manuelle Überprüfung erforderlich ist. Völlig egal wer prüft, ob einer unserer zuverlässigen und erfahrenen Experten, ein Sachverständiger des Versicherers oder ein dritter Dienstleister. Dabei spielt es auch keine Rolle, wo die Fallbearbeitung stattfindet. Ein existenzieller Vorteil in Zeiten von Remote Working und New Normal. All das stellen wir mit unserer Cloud-basierten Software-as-a-Service-Lösung sicher. Dem Expert Desk. Und mit all dem sorgen wir für ein modernes Schadenmanagement. Für Kunden, Versicherer und alle Prozessbeteiligten. Datengetriebene und vernetzte Digitalisierung. Das ist Eugon. Und das ist die Zukunft des Moment of Truth.